ja und wenn du nicht mehr vertreten ist mit freundlichen peter Paul was erheben jetzt sehen uns um hallo ich würde sagen wir gehen links ein ein geist auch scheiße doch eine art ja egal und jetzt ist es nur die btd-better schießt sowieso ist nur viermal das erst in eine minute wenn ich auf position bin dass sie ready freu mich schon du bist nicht so schnell du hast einen schnellen ach doch ihr seid mir zu langsam du bist zu schnell das ist problem warte da können wir nachhelfen ja genau ich mach 1000 ja ich 800 hmm nun er hat derzeit das erbauten aber auch nicht ich habe zwei hundert ich hätte es noch sechs Sekunden lieben drei sie müssen ja zweimal Kanzler schießen zwar ein bisschen mehr sein ich gehe mal abfangen den Jessi im Penis drucken ja genau, Jessi im Versuch vorzufahren das finde ich ganz nett, wann kriegst du das mal nicht oh meinst, was geht in die Klappe so hielt ja die Art, die ist hier drauf ja, ich muss was anderes erwarten hat sie Peter erwischt komm mal mit zu dem IS-7, ne meinst du nicht, wie? ach so, okay du musst doch schießen, das ist jetzt gleich mal das Munitionslage, bitte kein Zug-Mate kein Zug-Mate, da muss ich mir auch keine Sorgen machen, was das ist nicht oh ne, der hat geschützt, also oh, hi Fadi das ist aber ne nette Überraschung ja, den schaffst du jetzt noch schnell nach, äh, ne töten, das ich nachgeladen habe ich habe nämlich noch zwei, eins boah, ich rate den so, dass ich, dass ich den nicht, äh, ja, ich hab's gesehen du hast abgedrückt in die Ketten wahrscheinlich, ne ja, ich wollte eigentlich voll anvisieren und dann auch einmal schiebt die keiner weg die Art, die sind im Nachladen, ne ach Gott, da gehen wir uns beeilen drunter ah, gebauungslos und komm ich mit AP nicht durch, die ist die Miss Fontana einfach zu was, ja, Arti geil nein, da hat jemand die Falsch getroffen Achtung, ich geh vor du gehst du zuerst wie du, du hast noch volle Hitpoints äh, b nein, ich ziehe, oh, oh, ich bauste ich ziehe, oh, ich ziehe, oh, ich ziehe, oh, hab ich schon ein Backe ist trotzdem ein bisschen zu stark an die Winkel man schießt auch, nie die Kette, jetzt kriegst du eh nicht mehr ran umdrehen, oh wer ist na, ich seh schon ihr haltet das ja ähm halten, nicht angreifen aber halten sie mich zu lange, oh, oh, die schießt auf mich ich zieh mich mal zurück ich kann über die Mitte, das wäre auch noch ich kann gar nichts machen ja, die Art, die mich nicht mehr zurück ich geh zurück ich geh haltet ihr einfach die Stellung um die Ecke rum, das reicht ja, ich versuche aber, ich muss mich zu tun das Problem ist, dass ich nichts machen kann hier, ich der hier ist auch steht so, dass ich auf den Löwen nicht ballern kann und mit der Tiefen, der Kostmann ist, Peter, geht um weg, du hast noch ein bisschen weniger Leben, dass ich nicht halte, um noch zu ließ hoch ja, das ist so Jolo, der Kostmann ist geschlagen, wie knapp man so scheiße, 95 von vor und unsere Waffen und sonst kuppeln ich habe die Kuppel probiert, dreimal aber mit der beschädigten Kanone mhm, ja, ist ein bisschen anstrengend vielleicht sollte ich mal Dreh nicht genug, ne ja, da ist mir eine auf der vorne, ach so, die Art, natürlich ähm wieso ist die Bärtschützung noch voll, Mann? Keine Ahnung Keine Ahnung Oh Gott Wäre wahrscheinlich klühe, wir wissen nicht, wer auf der anderen Seite gefahren mhm, ich komme, Fadi Ok, nee, ich komme nicht, weil, die gerade fallen da unten Na scheiße, ich bräuchte zumindest einen, wenn mir noch hilft ist aber keiner mehr da, der würde noch helfen kann Tiefen weiß, ich könnte mal drehen, wenn zu mir kommen Mann, so stehe ich am besten, Peter Nein, ich stehe ich nicht Tiefen Da kriegst du von der Seite, da haben sie keine Chance Männer musst du noch weiter rauf Ja, ich versuch schon weiter hoch Doch, haben sie nicht gewonnen, die Deppen Oh, fuck you Martin Oh, Budget hinten Bist du aber sicher, solange du dich vorne dran bleibst du zu verdienen Turmdreht, Turmdreht Turmdreht Das macht mich hier auch Budget hinter uns Nein Jetzt kommt sie Aber die, die schießt dann den Tiefen 34 Du musst den Turmdreht Ah shit Ah doch scheiße Gut, sie ist ja alleine Objekt verfehlt Wir haben sie Schöner Schuss Fällt mir nicht Ist die Budget leer? Ja Ja Aber noch total Fast heil Einen Schuss hat sie abgekriegt Ficken Oh nein Ich bin natürlich um den IS-7 Das nicht, okay Warte, 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 warte Ich sag dir, sobald du fern kannst Kriegst du auf den IS-7? Das war jetzt Auf die IS-7, du? Nur kriegst Nur kriegst Nee, wie sowas Oh, fucked, bad head arty, alter Bin ich tot Nein Fuck arty, alter Shit Ich hab schon ne Karriere Hat wenigstens nur deine Kette getrunken Ich werde sie wieder funktionstüchtig Los geht's Wo kommen wir mal die IS-7 durchfahrt, wenn sie so steht Total mit Tiet immer alter Oben die, die Turmdeckel müssten gehen Ramin tot oder du kommst mit Tiet, weißt du? So, jetzt Das wär das erste Mal, dass Jetzt mal zurück zum Schluss Ja Mit Tiet dann mit ihr 100 Bounzen sehe Objekt Objekt Der beschimpft dich jetzt Was ist, was soll ich dir wegnehmen? Objekt oder die Badget? Die Badget steht 10 75 Badget steht 10 Objekt 1 gegen 1 gegen 1 gegen 3 gegen 1 Ich hab Angst vom T95 Wird wahrscheinlich dann von hinten Hinten Aber Es hat doch auch die Badget jetzt drückt Wenn die Badget einen kapitalen Fehler machen würde Ja, er kanns nicht mehr drücken Na, ich will sie nur schnell weghaufen da Und jetzt drehen Genau Wieder eine vorteilhafte Position, weil die müssen dich hier rausbringen Nein, du seht, dreh die Badget wieder Vielleicht, aber ist ja wurscht, wenn du da oben leibst Und du kannst den Turm nach vorne oder da hinten, das schaffst du Du musst nur in der Nähe vom Käptler Nein, das ist nichts extra Genau, bleib da unten, aber fahr nicht vor Was für ein Überraschungsmoment Naja, das stimmt, weil der blind ist Ah, geil Nein, Badget! Nein, das gibt's nicht Oh, die hätte fast die Reiche rausgenommen Bramse! Versperre einen Weg oder was? Stellt nicht, Bramse! Nein, nicht geht's nur Unilager, du Bichse Hoffentlich kommt's jetzt nicht mehr durch Geht nicht Ah, du hättest nicht vor von dir Ja, scheiße Ja, Badget hat die das nicht Schade, er ist ein Loro gemacht, nur noch 678 Der Löwe, da ist schmatz da her, Alter Der Löwe, da ist schmatz da her, Alter Der Löwe, da ist schmatz da her, Alter Aber die Idee wird wunderbar, aber gold richtig Schade, schade, schade Schokolade Egal, hat Spaß gemacht War zwar ein bisschen sehr teuer, aber hat Spaß gemacht Nächste möchte ich noch freuen, dass es mir besser geht Mal wieder einen Schluck drin Mal wieder einen Schluck drin Und hier Ach, nein, nein Der Herr Achtfahrt wird gebeten sein, Panzer auszuwählen Moment Moment Ich nehme jetzt was besseres Oh, oh Ah, warte, ich nehme auch was besseres Ähm, ich wollte schon lange wieder mal mit dem spielen Ah, da müssen wir auf die Erdkiste rein tun Und so Ach, hier muss ich jetzt die Panzer auswählen Ich klicke da drauf mal und denke mir Wo kann man denn jetzt hier nochmal den Panzer auswählen? Das muss ich auch schnell wechseln Mann, ich hätte so viel Panzer jetzt in dem Gefecht gerade rausnehmen können, wenn ich einen Magazin-Panzer gehabt hätte Nein Ich auch quasi kurz schnell Reload Ich habe die Pächer da aufgebaut Was kommt Leute online Pächer hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich dort steht, das fand ich geil Oh, ne, nicht die Na, ich gehe links Er geht links Ich gehe links Ja, das ist halt das Team, ne, solange ich nicht mit dir im Zug sind Ja 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 Nein Ja Das war die Hälfte kommen, der in die Rheinmetall zum Beispiel links bringt mir gar nichts Weg, pusch pui Ich bin Midwestern einzig Ja Ich glaube Der Stock, alter. Schau nochmal Ja ne Ja es ist der T-34 ist schneller als der das sagt schon alles da bin ich so schnell ah Peter holt auf ach ich kenne ja wenn der mir im Weg steht ne ich sehe ich schon zu wenn mir so ein Popel T8 haben sie im Weg steht die M53 ist natürlich so das Nonplus Ultra und Auer macht Gerät sie wird sicher auf mich schießen ich sehe schon kommen das ist nicht so sehr immer mit der Ruhe wir wissen was da kommt bevor ich da an die Front fahr ach alles in die Fahrzeuge bis sie kurz von K.O. sind und dann kommt jeder her und römt sie einfach ab mit dem E-3 mit dem E-3 mit dem E-4 habe ich nicht mehr Angst vor mir sein ja mit dem E-3 wo sind sie überhaupt jemand da jemand zuhause und da fängt schon an schießt ins Leere ja wahrscheinlich dir Fadio oder so ich bin nicht offen kann aus wo ist wirklich vor Peter oh oh yeah Snipe mit dem Amix komm her den safe relativ ja shit ich denke an die Art oh zu viele Ereignepanzer hoppralla am E-3 gemixt blöde T-32 okay aus dem Wicht die Art jetzt hingeschossen auf Wichter ruhig Gero-Dohr-Dohr-Dohr-Dohr-Dohr-Dohr-Dohr-Dohr-Dohr-Dohr-Dohr das war jetzt wenn sie mir anders finde ich aber schön ich nehme an die Position ein Peter kommen das macht's gut ja der hat mich gesehen der hat mich nicht gesehen oh so viele und muss so viele J-0 rum sie dass sie für die Lecks das hat die Vögel auch auf der Karte alter die gar nichts mehr komm zurück Peter wenn du schon so leckst das ist nur mal wie sieht sie es gerade wieder oh die Artie hat die kleine Waffe drauf das ist scheißegal die haben tatsächlich PIKEN der Fahrer ist geliefert die Steuerung reagiert nicht mehr rechts ist der E-3 PIKEN wollen wir drücken der scheiß die 50 im Geist ja ne die Artie und am nächsten Hintergrund sind dann doch extrem mächtig jawohl warte mal warte mal einer weniger und ich drück mit warte mal vielleicht können wir in der Mitte weiter helfen schön schön die Art macht gut die 2 und 6 aufgemacht nein bleibt doch stehen ja jetzt können wir nicht drücken naja man schießt die eigene aus den Nati auf unten die 2 60 auf und zieht sich dann geht es schon weit von uns nicht auch mal die Reistung vorhanden sich die Probe um jetzt ist er nicht zufrieden vielleicht wenn ich ich stehe trotzdem beschießen bitte darum vor Ort geschossen ich gehe es weiter zurück ich gehe es weiter zurück wieder geht uns ausschließlich nicht. Kommt hier weg? Nein. Ich bin safe. Jetzt kannst du auf mich schießen wie du willst. Hab geschossen? Nein, Fabi! Ich komme vor. Ich bin richtig. Wir sind in der Kurve. Jawohl. Hallo, hallo Martin. Hallo. Euch und euren Körpern. Alles. Warum guck ich später? Das war episch. Auch nicht hier. Mich hat einfach voll die Art erwischt, der i50. Mich auch. Kälte wurde getroffiert. Sie kann weiter nicht heißen. Ihr wägt den i30? Ich möchte mir nichts sagen, aber wir stehen hier ultrabeschissen. Wir können den in der Mitte nichts aufmachen. Das ist gleich mal eh für den Wichse da. Äh, Heats, meine ich. Oh, ah, die Wichse. Fick das doch. Okay, jetzt können wir... Ja, jetzt drück ich mal. Das klommt auch nicht drücken. Ah, jetzt war der Wichse. Alter, die sind solche Packen, Spacken. Alter, der i50 ist auch. Ein Packenpoller Spacken. Aber dann komm ich nicht ran. Meine Nase. Na, Nase. Na, Nase. Na, Nase. Na, Nase. Na, Nase. Der hier rein. Schockelt. Sag, was wird sie einzig jetzt noch hier? Jo. Alles andere ist weg. Oh, man. Zumindest hat sich der blöde i50m da rechts zurückgezogen. Na, der i50m kann aber immer noch her. Mal, na. Ja. Ich hab mehr Angst vor dem... Ja, jetzt kann er nicht gleich ganz so gut. So, jetzt raus mit dem Scheiß hier. Geht ihr den an? Ich kann ihn nicht runter. Ich kann ihn nicht runter. Ich kann hier momentan nicht wegfahren. Lade ich nach. Da hat's verdient noch jetzt wegetan. Da. Vielleicht du? Mhm, danke. So, ich geh jetzt noch mal hinter den. Vielleicht kann ich da noch mal was machen. Nein! Ja, Mann, verdammt. Ja, ich hätt den mal auf dem Turm Abwaller Wir haben gerade Peter verloren Nein Och Schade, sonst wäre der Jakti jetzt tot Irgendwie ist der Krach an mir gebaut, das kann das sein Was ist denn? Fadi, ich brauche deine Hilfe Könnte sein, der zählt in deine Richtung Kann nicht Ich kann nicht Yes Achtung, Senpai, Jakti, ich hab das Ja, 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 ja Haha, ein Loob Boah Völlig daneben Nein, ich wusste es Ich wusste es Das ist wie es geht Wenn ich vor Freude schon kommt, nur noch die Art Nein, nein, ich wusste es doch scheiße, nur noch die Art Ein von uns hättest du sowieso rausgenommen Mit der Mikael oder Semper Ja Ja Ich glaub, ich hab alles, was auf unserer Seite gestorben ist, hat die gemacht Ja, ne, gut gemacht Ja Ja Ich muss jetzt bitte zu holen und danach essen Nein, du musst Nein Warte, lass mich noch kurz offiziell sagen, das war's für diesen Part Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal Tschüss